Einschlafen in Tolkiens Welt Heute Tom Bombadil Tom Bombadil, auch Larvain Ben-Adda genannt, ist im Legendarium eine mysteriöse Gestalt, unbekannte Art und Herkunft und der Mann von Goldbeere, der Tochter der Wasserfrau. Beschreibung Tom Bombadil wird beschrieben als etwas größer und dicklicher als ein Hobbit, aber nicht groß genug, um ein Mensch zu sein. Er trug einen alten, schäbigen Hut mit einer hohen Hutkopf und einen langen blauen Feder, einen blauen Mantel, dazu einen grünen Gürtel, lederne Hose und hohe gelbe Stiefel. Sein Gesicht war rot wie ein reifer Apfel, aber zerknittert von hundert Lachfalten. Er hatte blaue Augen und einen langen, braunen Bart. Blau wird seine Lieblingsfarbe genannt. Sein Gesang wendet dunkle Mächte ab. Tom Bombadil kam hin und wieder nach Bockland oder in das Ostviertel des Auenlandes, wo er Freunde wie etwa Bauer Margot besuchte. Sein Reich ist der alte Wald und die Hügelgräberhöhen. Im Herrn der Ringe rettete er Merin und Pipin aus den Fängen des alten Waldmanns und lud die Hobbits in sein Haus am Ufer der Weidenwinde ein. Dort wurden sie fürstlich bewirtet und gut vorbereitet auf ihre weitere Reise geschickt. Wenig später, als sie Grabunholde in den Hügelgräberhöhen das Leben der Hobbits bedrohten, rettete Tom Bombadil sie ein zweites Mal und begleite sie bis zur großen Oststraße. Er besaß ein Pony namens Dickes Plumpel. Namen Sich selbst nannte Bombadil Ältester. Der Name Tom Bombadil wurde ihm von den Hobbits von Bockland gegeben, während er bei Gandalf und den Elben aus Bruchtal als Larvain Ben-Adda, der Älteste und Vaterlose, bei den Menschen als Oralt, der Uralte, bei den Zwergen als Thorn, der aus ferner Vergangenheit stammende, bekannt war. Hintergrund Tom Bombadil ist eines der geheimensvollsten Figuren in John Ronald A. Tolkiens literarischem Werk. Oft wird darüber gesprochen, wer er war und woher er kam. Goldbeere, seine Gattin, Tochter der Wasserfrau, der Weidenwinde, beschrieb ihn als den Meister vom Wald, Wasser und Berg. Er schien sich nicht sehr für die Ereignisse im dritten Zeitalter zu interessieren. Auch als er den Ring auf seinen Finger setzte, blieb er sichtbar und gab ihn Frodo unbeeindruckend zurück. Er scheint älter als jeder andere auf der Welt zu sein, was vor allem durch seine eigenen Worte im siebten Kapitel des ersten Buches des Herrn der Ringe deutlich wird. Der Älteste bin ich. Merkt euch meine Worte, liebe Freunde. Tom war hier vor dem Fluss und vor den Blumen. Tom erinnert sich an den ersten Regentropfen und die erste Eichel. Als die Elben nach Westen zogen, war Tom schon hier, ehe die Meere bezwungen wurden. Er kannte das Dunkel unter den Sternen, als es noch ohne Schrecken war, ehe der dunkle Herrscher von außen kam. Beim Rat Elrons wurde darüber diskutiert, ob er nicht den Ring an sich nehmen sollte. Gandalf jedoch erwiderte, dass er die Notwendigkeit nicht einsehen und ihn höchstwahrscheinlich wegwirfen würde. Diese Aussagen lassen immer wieder Diskussionen aufkommen, wer oder was Tom Bombadil wirklich ist. Ist er ein Valar? Ein Maya? Hin und wieder lässt sich die Vermutung finden, Bombadil sei Ilúvatar, der Schöpfergott selbst. Sein Erfinder John Ronald A. Tolkien hat dies aber mehrmals bestritten. Eine konkrete Antwort auf die Frage nach Bombadils Wissen und Herkunft innerhalb der mittelirdischen Kosmologie gibt es aber nicht und wird es wohl auch nie geben. Tolkien sagt im Brief Nr. 144, herausgegeben von Humphrey Carpenter, über Tom Bombadil folgendes. Ein paar Rätsel muss es immer geben, sogar in einem mythischen Zeitalter. Tom Bombadil ist eines, absichtsgemäß. Ziemlich sicher lässt sich allerdings sagen, dass sich in Tom Bombadil und seinen fröhlichen Unbeschwerten, der Pflege der Natur, zugeneigten Charaktere, Tolkiens eigene Liebe zur Natur niederschlug. In der Planungszeit des Herrn der Ringe, der zunächst als Nachfolger des Romans Der kleine Hobbit gedacht war, erklärte Tolkien gegenüber seinen Verlegern, Bombadil repräsentiere den Geist der schwinnenden ländlichen Gegend in Oxford und Berkshire. Tolkiens vielleicht aufschlussreichste Bemerkung über Tom Bombadil findet sich im Brief Nr. 153 an Peter Hastings. Ich glaube, etwas Bedeutung hat er als Er steht für etwas ein, das ich ihm wichtig finde, obwohl ich nicht bereit wäre, dies genau zu analysieren. So wie die Geschichte angelegt ist, gibt es eine gute und eine böse Seite. Schönheit gegen gnadenlose Abscheulichkeit. Tyrannei gegen Königtum. Maßvolle Freiheit mit Zustimmung gegen einen Zwang, der längst jeden Zweck außer dem bloßen Machtstrebenden verloren hat. Und so weiter. Aber beide Seiten, die Konservative wie die Destruktive, erfordern einen gewissen Maß an Herrschaft. Wenn man aber sozusagen Armutsgelübde abgelegt hat, auf Herrschaft verzichtet und sich an den Dingen ihrer selbst willen, ohne Bezug auf uns selbst erfreut, sie beobachtet, ihn zusieht und sie zu einem gewissen Maß kennt, dann könnte einem die Frage nach dem Recht und Unrecht von Macht und Herrschaft völlig sinnlos werden und die Machtmittel würden ziemlich wertlos. Daher war Tolkien zu folgenden Goldbeeres einfache Bemerkung. Er ist die beste Beschreibung für Tom Bombadil. Er definierte sich weder über einen besonderen Namen noch über Besitz. Was man daran sieht, dass Goldbeere auf die Frage Frodo's, ob Bombadil das umliegende Land gehörte, antwortete, dass das Land und alles sich selber gehören würde. Film-Trilologie Die Passagen im Alten Wald, in der die Hobbits auf Bombadil und zu seiner Frau Goldbeere treffen, ist nicht in Peter Jacksons Verfilmung aufgenommen worden. Zur Freude vieler Fans ist aber in der Spezial-Extended-Edition von Die zwei Türme eine Anspielung auf ihn zu sehen. Merry und Pippin werden in den Wurzeln eines Baumes eingeklemmt und Baumbad befreit sie mit den Worten, die Bombadil im Roman zum Alten Weidenmann sagt, »Iss Erde, grabe tief, trink Wasser, geh schlafen.« Nach Angaben Peter Jacksons passte der Alte Wald nicht in die dramaturgische Konzept, den Konflikt der Hobbits mit den Nazgul unter möglichst früh im Film angesiedelte Auftreten Aragons im Bré in den Vordergrund zu rücken. Über weitere Gründe gibt es nur Vermutungen. Ansichten, Vorstellungen und Meinungen zur Figur des Tom Bombadil klaffen, wie oben gezeigt, bei der weltweiten Fangemeinde, bei Experten und nicht zuletzt bei Tolkien selbst mitunter weit auseinander, das in einer Verfilmung dieses eigenartigen Charakters liegenden Konfliktpotenzial wäre bei den Fans wohl größer gewesen als jenes, das die Nichtverfilmung schließlich eröffnete. Weitere Informationen Nachdem die Erzählung in Reverendum von Kindern begeistert aufgenommen worden war, begann Tolkien weitere amüsante Geschichten zu schreiben. Darunter war auch die Geschichte von Tom Bombadil, die in den Tagen des Königs Bonhaling spielt und deren Hauptfigur dem Leser des Herrn der Ringe sehr vertraut erscheinen dürfte. Außer im Herrn der Ringe ist Bombadil in zwei Gedichten namens Die Abenteuer des Tom Bombadil und Tom geht Rudern verewigt. Ersteres wurde bereits im Jahr 1934 im Oxford Magazine veröffentlicht, bevor es in den 60er Jahren zusammen mit Tom geht Rudern und weiteren Gedichten unter dem Titel Die Abenteuer des Tom Bombadil und andere Gedichte aus dem Roten Buch erneut erschienen. Im ersten Gedicht ist die Feder, die am Bombadils Hut steckt Noch eine Schwanfeder Tom geht Rudern, erzählt dann, wie Bombadil zu der blauen Feder eines Eisvogels kommt. Die Notwendigkeit, die Geschichte dieser Veränderung zu erzählen, ergab sich für Tolkien, weil Bombadils Feder im Herrn der Ringe als blau bezeichnet wird. Name und Gestalt des Tom Bombadils gehen auf eine holländische Puppe, die Tolkiens Sohn Michael gehörte, zurück. Michaels Bruder John konnte die Puppe nicht leiden und versuchte erfolglos, sie im WC herunterzuspülen. Daraufhin schuf Tolkien die literarische Figur Tom Bombadil.